Lena hat es wieder geschafft. Sie hat uns alle würdig vertreten beim Eurovision Song Contest. Platz 10 ist sensationell, fast noch einstellig und mit einer 1 am Anfang. Jetzt geht es darum, dass sie nächstes Jahr wieder antritt in Baku und den 10. Platz verteidigt. Und ich bin stolz, dass niemand von den Journalisten kommentiert hat, der erste Platz wäre Taken by a Stranger. Morgen geht's weiter. Ich bin stolz, ich bin stolz.